Die Bibel sagt in Jonah Kapitel 3 Vers 10 Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihnen reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Eines der meist falsch verstandenen Wörter in der Bibel wird das Wort Buße oder Buße tun sein. Was ich an Jonah Kapitel 3 Vers 10 sehr mag, ist, dass Gott uns zeigt, was er darüber denkt, wenn wir von unseren sündigen Wegen umkehren. Denn Gott zeigt uns, wie er das Umkehren von Sünden oder das Buße tun sieht. Wie sieht Gott es denn? Es ist vollkommen egal, wie meine Oma es sieht, oder wie meine Mutter es sieht, oder wie mein Pastor es sieht, oder wie ein Straßenprediger es sieht. Als was sieht Gott das Umkehren von bösen Wegen an? Wie sieht Gott das Buße tun der Sünde? Wenn wir uns nochmal Jonah Kapitel 3 Vers 10 angucken, beachten wir mal den Anfang des Satzes. Die Bibel sagt das. Und Gott sah ihre was? Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen. Lassen wir die Bibel mal sich selber definieren. Wenn Gott die Leute von Nineveh sieht, wie sie von ihren bösen Wegen umkehren, sieht er sie Buße tun von ihren Sünden. Und Gott sieht das als was an? Als Taten. Also nach Gott, nach der Bibel, wird das Umkehren von Sünden oder das Buße tun von Sünden Taten genannt. Lasst uns das mit Epheser 2 Vers 3 bis 9 vergleichen. Und denkt dran, Buße tun von Sünden, aufhören zu sündigen, sind Taten in Gottes Augen. Die Bibel sagt das. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also die Bibel sagt klar, dass Werke uns nicht erretten. Werke und gute Taten sind nicht das, was uns rettet. Es heißt in Römer Kapitel 4 Vers 5, Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also nach Gott und nach ganz vielen anderen Schriften sind wir nicht gerettet aus unseren Taten oder guten Werken, sondern werden gerettet, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben. Glaube allein an Christus allein für die Erlösung. Und nach Gott in Kapitel 3 Vers 10, wenn wir die Bibel mal sich selber definieren lassen, sieht Gott das Umkehren von Sünde und das Bußetun von Sünden ganz klar als Werk an.